Wie geil ist das denn? Also entweder oder mit Robert Harting. Shaggy oder Schexen? Schexen. Currywurst oder Burger? Currywurst-Burger. Bier oder Wein? Wein. Kochen oder Bekochtwerden? Bekochtwerden. Handball oder Fußball? Handball. Hertha oder Union? Union. Stadion der Freundschaft oder Olympiastadion? Olympiastadion. Stehplatz oder Sitzplatz? Stehplatz. Green Day oder Kraftklub? Ich weiß es nicht. Los. Kraftklub. Sommer- oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Du strandest auf einer einsamen Insel. Du hast die Wahl zwischen zwei Personen. Eine davon muss mit. Lars Riedel oder Sepp Blatter? Ich würde sehr platter mit. Fahrrad oder dicke Karre? Dicke Karre. Warmduschen oder Kaltduschen? Warmduschen. Anzug oder Jogginghose? Jogger. Geld anlegen oder ausgeben? Anlegen. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Früh aufstehen. Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Barfuß oder Lackschuh? Also bei mir persönlich würde ich eher barfuß sagen. Bei der Frau könnte ich mit beiden leben. Facebook oder Twitter? Twitter. Und jetzt zum Abschluss eine ganz schwierige Frage. Angenommen, du müsstest eine Medaille, müsstest wirklich eine aus deiner Sammlung streichen. WM-Gold 2009 in Berlin oder Olympia-Gold 2012 in London? Och. Ich würde die WM-Medaille natürlich streichen. Danke. 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 Danke.